gut dass wir das vorher nicht in angriff genommen haben und da haben wir noch den diamanten pranzer schuss sicher 3 und die kann man doch theoretisch zusammenfügen oder ja klar das kostet auch übens wenig aber natürlich tun wir uns erst verzaubern denn verzaubern geht ja nur mit level 30 deswegen nehmen wir uns ein buch mit gehen wir nach unten haben das lapiz lazuli vergessen super wir gehen wieder nach oben nehmen uns das lapiz lazuli mit den läppischen lazuli also jetzt noch läppisches lazuli sagt ja der gehört geschlagen war jetzt ist natürlich sehr wichtig das finde ich gut es ist langsam anfangen diese rohstoffe die keinen sinn hatten zu verarbeiten irgendwie läppisches und das ja dann wollen wir mal gucken effizienz 4 geil das geht natürlich nicht mehr genau jetzt geht das nicht mehr jetzt muss man natürlich jetzt wieder die drei level zusammensuchen dann machen wir auch gleich aber also nicht zu level wir machen jetzt etwas anderes bevor wir das machen wir tun erstmal reparieren das war natürlich die wichtigen dinge wie die schaufel die kann kaputt gehen das ist mir egal die ist nicht gut obwohl ich könnte theoretisch ich könnte theoretisch ne es bringt bei der schaufel nichts ich ruf mal den vendetta an ich ruf mal den vendetta an der hat mich gerade angeschrieben mal schauen was da passiert also die kann kaputt gehen das ist egal effizienz 1 glück 1 kann man auch kaputt machen das ist nicht so wichtig effizienz 3 behutsamkeit gut ist eigentlich ganz gut deswegen 1 2 hallöchen vendetta an herzlich willkommen mit minecraft let's play na wie geht's dir auch nö nicht schon wieder hallo du rufst ja immer genau zu dem zeitpunkt an kann ja nichts dafür also das ist nicht meine schuld ne ich ruf für dich nicht an also du tust mich anschreiben und dann geht's mit mir durch und ich rufe dich an so machen machen wir es so ok 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 und was wolltest du denn von mir jetzt habe ich dir einfach so hier im let's play jetzt bist du natürlich vollkommen außen vor eigentlich gar nichts besonderes ich wollte eigentlich nur hallo schreiben aber egal ach so jetzt bist du im let's play na gut weißt du musst du mal die reparieren also merkt euch kinder wenn ihr hallo schreibt wenn ihr vergesst kommt ihr in seinen lp nicht wahr ja das kann das mache ich auch nur bei leuten bei dem ich weiß ok wenn ich die jetzt rein hole ins let's play dann kommt da nicht so was so was durch die ecke weißt du wie das muss man natürlich auch ein bisschen abwägen ich habe auch was an ich habe eisen rüstung an theoretisch könnte ich hier eigentlich die diamant rüstung anlassen wenn wir denn jetzt eh so leichter barriere ist dann geht das ja ich erkläre gerade im let's play das neue update was jetzt passiert ist und wir testen gerade so besser aus ja ich versuche spiel zu reparieren du versuchst du spiel zu reparieren was für ein spiel ja ich habe mir black mirror geholt black mirror und was ihm ist es nur auf englisch und jetzt habe ich die ganze editor das wäre komplett umgeschrieben also eine neue editor datei aufgesetzt etc und jetzt habe ich das problem dass ich eine neue editor datei habe und die mir jetzt anzeigt ist das spiel zwar auf deutsch steht jetzt aber vor jedem satz und vor jedem wort config 00107 was mein ambos ist kaputt gegangen ich habe mein ambos kaputt gemacht ich wusste gar nicht dass ich den ambass abnutze ja doch die nutzte sich ab aber das ist mir noch nie passiert war ich habe noch nie so viel verzauber wie momentan weil das ist ja momentan mega billig und deswegen oh na super ok neuer ambass 1.8 doch ich war gestern und ging zwischen 23 wo das kostet schon viel zwischen 23 und 0 uhr ach so ja du hast mich gestern angeschrieben haben noch in deinem rausch den du hattest ja der ist immer noch nicht ganz weg aber ja so wir haben immer noch 64 diamanten nachdem wir alles aufgerüstet haben das ist eigentlich ziemlich geil wir machen uns dann natürlich später noch eine schaufel die wir gut verzaubern können wir machen uns jetzt mal ganz kurz zu gucken wir haben jetzt eine behutsamkeitsachst wir brauchen eine behutsamkeitsachst wir haben eine effizienz 3 achst die könnten wir eventuell als mining ax nehmen wir haben eine supergeile schaufel mit glück wir haben ein buch der effizienz das tue ich mal gleich wegräumen wieso ist eigentlich die musik aus ach so klar bei mir ist es ja so jetzt wenn ich angerufen werde dann tut sich die musik automatisch abstellen das habe ich eingestellt damit ich dich besser verstehe ich habe ich habe ja vielleicht hast du eigentlich von der neuigkeit gehört dass mit zu braun schweigt dass da der karnevalsumzug abgesagt ist nein schaden hat er mich heute mit der mit dem thema is rumgeschlagen erstmals islamischer staat ne ich meine die hilfsgruppe natürlich meine ich die klamische staat ich brauche mal diesmal ab da drüben die den text weg ist mega geil aus ich bin normal genau ich bin normal gut damit jetzt habe ich natürlich kaputt gemacht aha jetzt habe ich die obere schicht weggenommen wird wahrscheinlich das ding aus sein und wir müssen das neue starten aber es ist ja auch egal hat man eh machen müssen weil wir jetzt jetzt habe ich jetzt für den scheiß gemacht ach so so natürlich vorne jetzt solange wir das noch nicht haben mal die beiden dran und zetwick im hintergrund ich habe jetzt endlich mal hingekriegt das kannst du dir mal angucken ich habe jetzt endlich mal hingekriegt meine let's plays anständige bürde aufzunehmen nein spaß ja aber habe ich auch dazu gedacht so zumindest so aufzunehmen dass ich jetzt dass ich jetzt dass man meine stimme hört und dass der spiel sound bei walking dead trotzdem auf 70 prozent steht ich brauche nur die eile oder nämlich schnelligkeit wir brauchen ja eigentlich auch keine eile wir könnten ja eigentlich auch mit schnelligkeit arbeiten oder mit resistenz oder mit sprungkraft stärke sprungkraft resistenz ich weiß es gerade gar nicht ich glaube schnelligkeit nehme ich mal ich teste mal ist nicht schlecht jetzt auf jeden fall also eine brauchen wir jetzt wirklich nicht eigentlich wenn wir jetzt eine gute spitzhacke machen dann tut das sowieso nichts mehr zur sache dann tue ich jetzt mal den ganzen rest trubels hier reinsortieren nachdem ich es klein gemacht habe wieder wir brauchen also wirklich alle ebenen damit wir da irgendwie was sinnvolles erreichen also da müssen wir noch ein bisschen sparen Moment was sinnvolles in deinem netplay achso tut mir leid ich ja ich bin halt nur am lügen wieder das ist schlimm Jürgen äh ja nicht Lügendäst 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 Ich schaue jetzt die neuen folgen auf Lügendäst mit Ähm Ach man das sieht nicht gerade voll auf Glaube ich dir Mö Lügendäst warte wenn ich die Localization Standrash auf Englisch nenne müsste das ja eigentlich alles wie cater intenda bitte rückgängig gehen aber es geht nicht rückgängig Weiß dass ich es Canal verstanden habe sint Grub übersetzt ja ja n tue ich nicht Ne ich hab ne Ich habs AC Sonic Du Ich Probably geg пох klingt spannend ich muss glaube ich die musik habe mir noch mal ach jetzt weiß ich warum es am anfang so geleckt hat leute wir haben ja noch im hintergrund dem browser offenbar wir ein bisschen nachschauen wollten was alles gekräftet war ist jetzt kräftel und meinst du wann wollen wir haben stimmt das habe ich auch nicht erwähnt das eigentlich dass die magic meine aufnahme die wir gemacht haben abgebrochen ist die wir gemacht hatten die ist ja es hatte ich aber zu dir gesagt das habe ich ja nicht zum publikum gesagt weißt du bescheid ja die ist aber die ist abgebrochen aber du weißt du trotzdem oder nicht ja geil ich habe das mal noch weiter gebaut ich habe auch die kisten sortiert was aber gestört kisten hast du gesehen was drauf heute oder wie und ich habe überlegt aber vielleicht das zweite haus noch oben drauf bauen dann weißt du wie jedes spiel ist einfach immer weil wie heißt das spiel überhaupt hast du es vorhin erwähnt oder habe ich dir nicht zugehört ich weiß nicht wie ich das erwähnt habe black mirror ach doch hat es erwähnt ok gut und das hast du jetzt einfach weil es nicht auf deutsch wolltest oder was ich wollte nicht auf englisch und da habe ich versucht die er meine ich ja ja klar auf deutsch also ich habe ganz ruhig verfolgen dass wir schaffen dass wir schaffen das ganz ruhig einatmen aus ich habe mich ja noch 21 wolle ich frage ich habe immer das bunter wolle macht das auch funktioniert mal testen kann ja alles sein nein jetzt weiß ich warum ist das spiel nicht mehr spiel so ist aber kein stein mehr ich finde es gut dass wir schnelligkeit genommen haben so oft wie ich in den herren muss ist das sehr praktisch ich habe die editor-datei so zerstört dass ich keine sprachausgabe in einem spiel habe man merkt einfach wenn der da ist ein meister seines fachs da tut sich auch nichts anzweifeln was ist denn weil du irgendwie so und dann geht meine musik ständig aus meine asien lovely night musik warum auch immer das ass ich will es gar nicht wissen ich bin einfach fame aber ne so geht das nicht das geht nur mit weiß das ist jetzt ganz einfach ich download mir einfach den dritten teil von black mirror und lasse die eventuell ausweichen klingt logisch ich würde jetzt gern gelbe farbe machen und zwar in großer masse und dann machen wir uns mal hier und dann können wir uns dann noch eventuell wohl ich höre es bei gelbe waren aber geld finde ich am geilsten so guck mal gelber punkt ist scheiße probieren wir es mal so gelber rahmen sieht schon besser aus kann man das eventuell dann mit rot noch kombinieren ich bin so dumme 3o ich glaube dumme 4o geschrien bin mir aber nicht sicher kann dass ich irgendwie mit muss doch irgendwie gehen mit zwei farben oder kann ich mir nicht vorstellen dass das nicht gehen so ich bin richtig schlau das geht nicht warum geht das nicht dann muss ich das erst ich probiere es so machen du kannst maximal anfangen mit farben würde ich sagen weil ich habe jetzt schon angefangen mit farben Weißt du wie? Äh, was? Was denn Farben? Irgendwelche Rohstoffe, alles was du findest Was du grad so Lust hast Zu Farben Okay, dann probieren wir uns mal Dann alles in eine Kiste rein, damit er sich freut Genau Dann probieren wir uns jetzt mal Uns einen Banner zu machen für unser Let's Play Was unser Banner sozusagen wird Wir machen jetzt mal zwei davon, weil die mir gefallen Dann machen wir mal Was ist wenn ich da den roten Punkt reinmache? Rote sieht ein bisschen komisch aus Grün sieht das auch nicht unbedingt so toll aus Gar nicht Ah Hey cool, Skyblock ist wieder da Skyblock war die ganze Zeit da Du Nerds Du bist doch ein Nerds Sondern kämpfen Äh, hab ich jetzt gerade das ganze Zeug verballert? Kann mir was nicht vorstellen Komm bei Never Ja Äh Versteht man mich eigentlich gut, oder ist mein Mikro total leise? Leise schon, ja, das ähm, ja, kann man schon so sagen Weißt du, wie ich jetzt die Folgen aufnehme bei mir, dass ich so, dass man mein Mikro gut hört Ich mach das so Ich nehme Kopfhörer Dann hab ich das Headset um den Hals Damit mein Mikro direkt, äh, dass ich mein Mikro fast direkt in der Fresse habe Damit ich dann anständig aufnehmen kann, damit man mich hört Klingt Klingt Professionell Nicht Gar nicht, nein, tut's nicht Ja, 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 aber es funktioniert Ja, ich bin ja bei dem Mikro, aber Ich hab dann 10 Euro Für das Mikro, oder was? Ja 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 G сп Ja Na 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 Das kostet jetzt.